mein lieber herr und gesangsverein und willkommen zu ermöglichen sie wieder deluxe edition mit der la modifikation 3.0 weißen miami state nicht so hingehauen hat am ende mit der gasex illusion weil es in miami nicht so ganz funktioniert hat ja dachte ich mir nimmst du jetzt mal ich konnte noch nicht mal mit der begrüßung richtig zu ende die begrüßung war noch nicht komplett zu ende schon kommt der erste einsatz ein defekter hydrant kleine t4 so schon da kurz hand anlegen und dann perfekt ihr könnt fahren schwingt eure hufen so wurde ein brandausbruch gemeldet ursache unbekannt löschen sie die brände so und zwar jetzt ist es hier bei la anders dass man natürlich in la spielt und so was hier auch passieren kann dass man ein bisschen texturen haben oder ein bisschen model file muss ich mal gucken wie man das hier behebt weil das ist wirklich auch ganz schön man ist es nicht nur anders dass man in la spielt auch die fahrzeuge sind anders die skripte sind anders wir haben jetzt hier kein dispatcher wir haben hier auch fahrzeuge auf der karte die war so alarmieren können aber natürlich hoch manuell und die müssen wir auch kaufen zum beispiel die große drehleiter hier mit gelenk hinten oder hier im bulldozer im brückenbauer und haste lesen auch die call out sind anders einiges widerspiegelt sich natürlich weil es dann glaube doch der selbe model ist wie sie jetzt nie aber es unterscheidet sich einiges ne also wir haben auch kein wasser skript wir haben zwar auch hier rapid deployment haben wir hoch wir haben ja auch direction lights on haben wir morning lights on flashing lights siren und auf die activate automatic sirens cool objekt und 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 wir haben natürlich auch to fire station to ems station to police station haben wir auch am geilsten ist ja hier rapid deployment das ist geil und das ist dann auch wieder aufbauen wenn er auf annenste rapid deployment drauf drückt aber es wird eine geiselnahme befreien sie die geiseln schalten sie die geiselnehmer aus oder nehmen sie sie fest und transportieren sie ab jawohl so jetzt haben wir einen größeren einsatz so eine geiselnahme so lspd wenn patrol kam machen wir mal einmal die k k 9 unit machen wir mal dann holen wir uns noch zwei fort crown victorias einmal ein dort charger wir wissen ja nicht wie viele geiselnehmer wir haben ja guck mal da kommen sie ja schon so was ich ja noch sagen wollte anders bei als bei den deutschen modifikationen haben wir natürlich hier kein absitzen können aufsitzen und so weiter von einem strom schlag getroffen zu werden reparieren sie den schaltkasten so schnell wie möglich und versorgen sie alle verletzten personen sofern das nötig ist wo sind der schaltkasten ach da hinten wo die ja die fachkräfte für sexualverkehr stehen so ich hätte gern bitte ein scharf schützen hier ein scharf schützen da ein scharf schützen macht die flanke ein scharf schützen macht die flanke ihr zwei zwei holt euch eine mp du holst in der mp du hoch so alle mit mp mal bitte zum eingang einer holt sich ballistisches schild und der andere eine flashbang so achtung randalierende zivilversorgung festnehmen und abtransportieren will nötig versorgen sie alle opfer und transportieren sie muss eigentlich streifenwagen mal rüber so kann ein unit kommt mal hoch dahin ach ja wir brauchen ja noch ein scout und war ein profiler scout ja profiler und negotator negotator brauchen wir auch den stellen wir mal hier call police dog so erluste haben wir nicht da kommt der kinder vorbei also haben wir auch keine verletzten das ist gut so ist der profiler schon da ja natürlich er ist da so scout kombinieren hier steht auf bereitschaft das ist gut im endeffekt bauen wir ja nicht so viele polizeifahrzeuge aber sie cool aus durch unser eines feuerwerkskörpers ja löschen sie die breite sind wir dran müssen wir schnell alarmieren das war engine one and two dann zum brand schicken auch ganz schnell mein polizei auto hierher und dann mal gucken Fire Engine. Ja, toll. Ähm, okay. Gut. Heavy Equipment Squad Boomtender. Fire Engine 2 brauchen wir auch noch ein paar Stück. Du kannst schon mal nach Hause. So. Wo ist denn jetzt der Profiler? Ja, Scharfschützen bitte in Stellung. So, wir haben einen Schützen. Wenn das Feuer nicht wäre, dann könnte man ja auch ganz schnell noch sagen, hey. Fahrzeug 29 hört. So. Äh, dahin. 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 Rapid Deployment. Rapid Deployment. Dann einer dahin, bitte. Rapid Deployment. Rapid Deployment. Rapid Deployment. So, Geiselnahme. Okay. Ähm... Flashbang 2B. Ja, oder so. Call Police Dog. Jetzt brauchen wir noch Ambulanz. Hallo. Und macht die denn nichts? Fahrzeug 33 hört. Fahrzeug 31 hört. Fahrzeug 32 hört. Man merkt es auch, ne? Also... Die... schließen nirgendwo den Hydranten an. Die bleiben einfach so, wie sie sind. So wie hier... Gibt es denn... Ah ja, ein Verletzten gibt es. Und zwar den... Fahrzeug 29 hört. Schützen oder den Geiselnehmer. Ende. Fahrzeug 16 hört. So... So... Zwei Beamte... Alle rein. Zeugen aussagen. Fahrzeug 26 hört. Konntet eigentlich ein bisschen rumfahren. 10-4. 10-4. Ah, jetzt will der Hund nie. 10-4. Mann. Was ist denn eine Scheiße? 10-4. Wifi. Oder warte mal. Ich helfte der, wenn ich... Das kann 9 Autos... Steiger. Ah, siehste. Achtung. Brandausbruch. Ursache offenes Licht und Feuer. Löschen Sie alle Brände. Oh. Oh. Holt Feuerlöcher. Schnee, schnee, schnee. Das siehste. Alle gleich vor Ort. Tz. Hehe. Fahrzeug 29 hört. So schneidet. Also hier ist schon mal alles. 9 hört. Ende. It's done. 10-4. Roger. So, die schicken wir alle mal zur Station. Fahrzeug 28 hört. Fahrzeug 31 hört. Zack. Jetzt gehen sie alle zurück. Zack. Fahrzeug 29 hört. Ach. Rettungswagen ist auch schon da. Achtung. Brandstiftung im Einsatzgebiet. Oh, leckum hier. Rappen Sie den Brandstifter und transportieren Sie ihn ab. Löschen Sie alle Brände. Da ist er. Fahrzeug 29 hört. Okay. Fahrzeug 30 hört. Verstanden. Fahrzeug 19 hört. Wir gehen ganz schnell weg hier, bevor das Gebäude richtig anfängt zu brennen und das Auto kaputt geht. Na gut, ne? Dann können wir schon mal alle einpacken hier. Alle einen, die jetzt weg müssen. Beispiel hier. Die können alle weg. Fahrzeug 17 hört. Fahrzeug 27 hört. Ach. Passa. Fahrzeug 20 hört. Das ist ja. So. Ja. 10-4. Fahrzeug 17 hört. Fahrzeug 16 hört. Ne, warte mal. Ist das hier was verkehrt? Fahrzeug brandt. Ausgelöst durch einen technischen Defekt. Lutschen wir doch den Buckel. Transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Warte mal, lass mal ein Feuerlöcher holen und geh mal rennen. Das ist bestimmt wie ein Brand, der nur von drinnen aus gelöscht werden kann. Das ist ja hier irgendwas verkehrt. Warte mal. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug 16 hört. Der Scout, der muss raus. Ja, das ist in Ordnung. So. Der Scout, der war doch hier drinnen. Wo sind eigentlich der Profiler? Nein, ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen hier. Fahrzeug 17 hört. Fahrzeug 17 hört. Fahrzeug 20 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 27 hört. Gott. Ach, der ist da. Ende. Fahrzeug 18 hört. Fahrzeug 23 hört. Fahrzeug 21 hört. Hier wir gehen. Ein ehemaliger Soldat hat offenbar den Verstand verloren. Oh. Er hat ein Scharfschützengewehr und schießt da mit wahllosen Passant. Scheiße. Schnell. Einsteigen. Hier wir gehen. Und falten Sie ihn aus und versorgen Sie alle seine Opfer. Fahrzeug 18 hört. Ende. 10-4. Fahrzeug 25 hört. Fahrzeug 23 hört. 10-4. Fahrzeug 18 hört. Fahrzeug 16 hört. Wie viel hat er jetzt umgebracht? Zwei. Oder. Wolter. On my way. Fahrzeug 22 hört. 10-4. Fahrzeug 24 hört. Fahrzeug 22 hört. It's okay. Done. Fahrzeug 24 hört. Fahrzeug 22 hört. Wow. Junge, Junge. Hier kommt so ein bisschen mehr in Schwitzen. So. Das müssen wir erst mal gucken hier. Will das sortieren. Äh. Fahrzeug 25 hört. Fahrzeug 23 hört. Fahrzeug 21 hört. 10-4. Fahrzeug aussteigen. Ende. Stimmt. Fahrzeug 18 hört. Wir müssen nehmen. Ende. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug 38 hört. Der hat einen Lebensbalken. Okay. Mir kommt so vor, als ob da irgendwas noch fehlt. Fahrzeug 21 hört. Ende. Mal gucken. Hier ist nicht mehr. Alle weg. Fahrzeug 38 hört. Fahrzeug 17 hört. Fahrzeug 17 hört. Oh. Oh, wacke. Hey, hey, hey. Wir sind da. So. Wie sieht's denn hier aus? Stabilisiert. Stabilisiert. Ja, schön. Fahrzeug 49 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Ende. Oh. Junge. Fahrzeug 41 hört. Ende. Fahrzeug 1. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 32 hört. Achtung. Randalierende zivilpersonen. Oh, leckumio. Und abtransportieren. Hosa. Da. Und transportieren Sie sie ab. Ende. It's done. Immer randalierende Person hier. Fahrzeug 38 hört. Und das coole ist auch, wir können RTWs hier auf Bratulie schicken. Das finde ich ganz geil. Wir können auch durch die Stadt cruisen, dann haben wir immer RTWs hier in der Nähe. Oh. Fahrzeug 29 hört. Fahrzeug 33 hört. Fahrzeug 31 hört. Ende. Fahrzeug 30 hört. Ende. Fahrzeug 33 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 31 hört. Fahrzeug 30 hört. Fahrzeug 32 hört. Fahrzeug 32 hört. Fahrzeug 32 hört. Fahrzeug 32 hört. Fahrzeug 29 hört. Fahrzeug 29 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. So. Haben wir geschafft. Jetzt hier noch gucken. Fahrzeug 28 hört. Oh. Er beam. Oh, wacke. Oh, wacke. Oh, wacke. Oh, wacke. Erdbebenalarm. Es gibt Personen und Satzschäden. Kümmern Sie sich um die Brände. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Fahrzeug 30 hört. Verstanden. Okay. Hier irgendwo ist ein Verletzter. In dem Gebäude. Jawohl. Fahrzeug 38 hört. Okay. Ende. Hier ist irgendwo Ena. Oh, jetzt erst mal hier alles. Und sortieren. So. Hier ist Ena. Da liegt Ena. Leggumio. Hier liegt nur noch Ena. Fahrzeug 30 hört. Ende. Roger. Beteilt euch mal ein bisschen hier. Roger. So. Fahrzeug 38 hört. Entfernt. Fahrzeug 2. Entfernt. Aussteigen bestätigen. It's okay. It's okay. Da kommt er bestimmt dran. Erseiker. Fahrzeug steigen bestätigen. Der B ist auch schon ganz schön herausfordernd hier. Okay. Er geht allein hin. Fahrzeug 4. Junge, Junge. Komm, einmal A-Hopala. Alles auf eh mal. Ah, er hier. So. Ja. Ausgerechnet die, 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 ähm... Ach ja, stimmt. Das ist schlau. Dann bringen wir die nach draußen. Und dann können wir sie behandeln. Das ist doch eine gute Idee. Fahrzeug 47 hört. Fahrzeug 47 hört. Fahrzeug 48 hört. So. Roger. Mal alle zusammenpacken hier. It's done. It's okay. It's okay. Tak. It's done. Fahrzeug 30 hört. Fahrzeug 33 hört. It's okay. Roger. Fahrzeug 50 hört. Fahrzeug 30 hört. Fahrzeug 33 hört. Yes. Nummer 1 kann fahren. Nummer 2 kann fahren. Yes. Nummer 3 kann fahren. Ihr noch nicht. Ihr auch noch nicht. Das wird lustig, wenn man die dann alle noch losschicken muss hier. Weil sie nicht in die Station fahren können. Fahrzeug 48 hört. Gut mal. Wird gemacht. Fahrzeug 48 hört. Fahrzeug 38 hört. Fahrzeug 38 hört. Fahrzeug 8 hört. Yes. Oh. Och Junge. Macht er denn da? Ende. Riesenstau hier. Achtung. Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Oh, wacker. Fahrzeug 18 hört. Verstanden. Fahrzeug 48 hört. Jawohl. Fahrzeug 50 hört. Ei, ei, ei. Jetzt brauchen wir nämlich einen davon hier. Mein Satz ist eh nah. Wo ist er denn? Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 7 hört. Hazmat. Fahrzeug 11 hört. USA. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug 10 hört. Aussteigen bestätigt. Fahrzeug 12 hört. Heavy Equipment da. Okay. Fahrzeug 13 hört. Ein Fire Engine. Brauchen wir. Hände. Fahrzeug 48 hört. Aussteigen bestätigt. So. Wir können auch die ganzen Rettungswagen. Was ist mit euch? Ich bin hier. Wir sind eigentlich nach Hause. Bei den deutschen Modifikationen hast du noch Absitzen. Es wird ein Amokfahrer gemeldet. Oh. Wann mal. Und versorgen Sie alle verletzten Personen. Transportieren Sie anschließend Fahrzeug, Fahrer und alle Opfer ab. Alter. Ich bin hier. Hey. Fahrzeug 7 gemacht. Hört. Aussteigen bestätigt. Roger. Fahrzeug 13 hört. Es ist okay. Es ist okay. Fahrzeug 2 steigen bestätigt. Den brauchen wir noch. Der muss unbedingt hier hin. Brauchen die noch unbedingt. Heieiei. Naja, dann brauchen wir noch Abschlipper. Genau, hier fahren wir mal wieder zur Station. Hmm, doch, wo die Drohne? Tut mir leid. Ganz ein Rettungswagen hier, mit einem Amokfahrer. Jetzt mal gucken, wo hier überall Verletze sind, die sind ja wie so ein Pingpong-Ball durch die Gink geplutscht. Richtig um, bumm. Aussteig bestätigt Ende. Da ist noch einer. Sieben Personen, eins, zwei, drei, vier. Ach ja, hier unten sind dann noch drei hier. Fahrzeug 18 hört. Fahrzeug 3. Fahrzeug 2. Fahrzeug 48 hört. Fahrzeug 18 hört. Fahrzeug 10. Ui, Chaos, Chaos. Klaus, Klaus, Klaus. Oh, ähm, ja. Ja, problematisch, ne? Muss ja so Solos geschickt werden Das wird lustig, wenn die jetzt alle zum Krankenhaus müssen Wie die da Oh, ihr seht hier nichts Der auf jeden Fall Der auf jeden Fall Und Hier Hier Ach, und hier Yes Hört Fahrzeug 38 Hört Fahrzeug 8 Ende Fahrzeug 8 Fahrzeug 6 Fahrzeug 8 Fahrzeug 6 Fahrzeug 6 Ende Fahrzeug 7 Roger Medizinischer Notfall Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet Versorgen Sie das Auffall und transportieren Sie es ab Hey, ist hier was los, Alter Da Weiß nicht so richtig, was du sagen sollst Fahrzeug 3 Standen Aussteigen bestätigt Junge, Junge Fahrzeug 38 Hört Fahrzeug kehrt zurück zur Basis Fahrzeug 7 Fahrzeug 50 Hört Fahrzeug 7 Fahrzeug kehrt zurück zur Basis Irgendwo, ne Hier ist alles voll Da ist alles voll Fahrzeug 3 Yes Fahrzeug 18 Hört Die ganze Truppe Es wird eine Geiselnahme im Einsatzgebiet gemeldet Befreien Sie die Geiseln Schalten Sie die Geiselnehmer aus Okay Jungs Mädels Verstanden Ihr habt eine Aufgabe Okay Fahrzeug 24 Hört Verstanden Diesmal gehen wir gleich so rein Junge, Junge Da fahren Sie alle Da hinten sind auch noch welche Ich glaube Na doch Ein RTV Könnten wir gebrauchen Okay Fahrzeug 18 Hört Aussteigen bestätigt Fahrzeug 22 Hört Hört Gemacht Aussteigen bestätigt Fahrzeug 27 Hört Hört Gemacht Aussteigen bestätigt Fahrzeug 27 So Dann gucken wir mal Missing Person Missing Person Diese Mission Die ist irgendwie ganz komisch Die funktioniert nicht so richtig Copy Fahrzeug 18 Hört 10 4 Fahrzeug 27 Hört Fahrzeug 27 Hört Aussteigen bestätigt Festnehmen Festnehmen Alle festnehmen Die wird Zeugenaussagen Alle in unterschiedlichen Autos rein Roger Jo Ist nochmal ganz gut verlaufen Würde ich jetzt mal sagen Fahrzeug 18 Hört Fahrzeug 18 Hört Fahrzeug 18 Hört War die da drunter? Ne Ende Roger Fahrzeug 18 Hört Fahrzeug 19 Die waren da drunter Fahrzeug 19 Hört Ende Hört Fahrzeug 22 Hört Fahrzeug 22 Hört It's done Fahrzeug 26 Hört Zuck Hört Copy Fahrzeug 24 Hört Fahrzeug 19 Hört Fahrzeug 18 Hört Tuck Fahrzeug 27 Hört Meine Güte Yes Fahrzeug 23 Ende Fahrzeug 25 Hört Verstanden Gebäude brannt durch einen Kurzschluss an elektrischem Gerät Löschen Sie alle Brände Und versorgen Sie wenn nötig alle Opfer Und transportieren Sie sie ab Ja kommt kein Feuerwehrmann Scheiße Ah ok Und vor dem Tinder brauchen wir zwei Ach da sind sie ja schon Fahrzeug 33 Hört Fahrzeug 30 Hört Fahrzeug 33 Hört Fahrzeug 30 Hört Fahrzeug 31 Hört Nice Guck mal Zack 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 Fahrzeug 30 Hört Fahrzeug 31 Fahrzeug 31 Hört Hört Fahrzeug 32 Hört Achtung Verkehrsunfall Versorgen Sie alle Opfer Und transportieren Sie sie ab Auf die Fahrzeugfahrzeuge Hört Fahrzeug 33 Hört Fahrzeug 33 Hört Ende Fahrzeug 31 Hört So Verkehrsunfall Na gut Ah hey Ach so komm mal her Verstanden Und einmal Ja hier funktioniert es komischerweise Ach ist schon alles belegt hier Sagen wir keine Fahrzeug 29 Hört Fahrzeug 28 Hört Fahrzeug 28 Hört Fahrzeug 24 Hört Okay Ende Aussteigen Hört Bestätigt It's okay Zack Fahrzeug 50 Hört Kann ich Aussteigen Hä Fahrzeug 49 Aber du kannst sie auch nicht Abtransportieren Was das Hä Fahrzeug 12 Hört Fahrzeug 24 Hört Fahrzeug Fahrzeug Sagen wir Aussteigen Bestätigt 38 Hört Fahrzeug 12 Hört Hä Jeden Sommer Brandausbruch Ursache Nicht bekannt Verhindern sie eine Ausweitung der Brände Löschen sie das Feuer Fahrzeug 31 Hört Fahrzeug 33 Fahrzeug 33 Hört Hört Ja jetzt auf einmal geht es Komischerweise Fahrzeug 12 Hört Muss man nicht verstehen Fahrzeug 25 Hört Ende Fahrzeug 49 Hört Fahrzeug 14 Fahrzeug Fahrzeug Zurück Zurück Fahrzeug 15 Fahrzeug 12 Hört Ende Fahrzeug 15 Ende So Würde ich mal sagen Mach mal den Einsatz noch zu Ende Und dann Mach mal Hoch Feierabend Fahrzeug 24 Hört Fahrzeug 14 Fahrzeug Zurück Zurück Hört Also den Einsatz auch hier Den Einsatz zu Ende Wasserohrbruch Ein Hydrant ist defekt Austretende Wasser blockiert den verkehrten Einsatzgebiet Reparieren sie den Hydranten so schnell wie möglich Mach mal sofort Yes Fahrzeug 33 Hört Fahrzeug 31 Hört Fahrzeug 31 Dann noch schnell den Hydranten und dann Da ist er Fahrzeug Fahrzeug 31 Fahrzeug 31 Hört Fahrzeug 31 Kehrt zurück zur Basis Fahrzeug 33 Hört Fahrzeug 30 Hört Fahrzeug 3 Fahrzeug 3 wird gemacht Oder wir schicken wir die zurück die ganzen Rettungswagen Achso ja und hier ist der Hydrant Zieht ein bisschen komisch aus Auf jeden Fall stehen Missing Na Model Model file Ein ehemaliger Soldat hat offenbar den Verstand verloren Fahrzeug 31 Gewehr Schießt damit wahllos auf Passanten Nehmen Sie den Sniper first Schalten Sie ihn aus Und versorgen Sie alle sein Oh Mann Fahrzeug 24 Hört Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Oh Das müssen wir jetzt hier noch schnell machen Gehen wir hier Eine ganze Kolonne an Rettungswagen Eieiei Müssen wir erstmal hoch Alle koordinieren Da kommen sie Fahrzeug 50 Hört Flucht gemacht Fahrzeug 38 Hört Fahrzeug 47 Hört Fahrzeug 48 Hört Fahrzeug 20 Jawohl Aussteigen bestätigt Fahrzeug 21 Fahrzeug 22 Fahrzeug 90 Aussteigen bestätigt Hört Ende So Oh Oh Wacke Alter Falter Flugzeug 20 Tangier Jingles Zul Mhm Zul Don't Zul na gleich mal point of view vom krankenhaus klick 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 fahrzeug 20 berlin ante und of the r b m ich jetzt kein bock wir machen jetzt nur noch hier die rettungswagen abfertigen und dann war es einmal kurz geruckelt so geschafft damit bedanke ich mich meine schöne runde und dann sieht man sich beim nächsten mal